Meine Damen und Herren, meine Schüler meinten, ich sollte auch ein Video über das Herz erstellen. Das saustoffarme Blut kommt von den Hohlwehen, um den rechten Vorhof zu füllen. Das Blut wird vom Vorhof zur rechten Herzkammer gepresst, durch die Trigospidalklappe. Das ist eine Segelklappe. Das Blut wird durch die Pulmonalklappen zu den Lungen gepumpt. Da wird das Blut an Sauerstoff angereichert. Das saustoffreiche Blut fließt durch die Lungenvene zum linken Vorhof. Dieser pumpt es zur Herzkammer durch die Mitralklappe, auch Bikuspidalklappe genannt. Die Herzkammer schickt das Blut durch die Aortenklappe, damit es in den ganzen Körper gelangt. Die Organe nehmen dann den Sauerstoff auf und geben Kohlenstoffdioxid ab. Und es fängt von vorne an. Um das Video abzuschließen, wollte ich mich noch bei einigen Leuten bedanken. Das Modell haben die Schüler gebaut.